Weinraute In den KL-Absatzzeichen Stern des Mittelalters dürfte die Weinraute nicht fehlen, weil sie als unentbehrliche Heilpflanze galt. Doch inzwischen wird sie fast nur noch vom Liebhabernalter Pflanzensorten kultiviert und kommt selten verwildert auf Weinbäcken vor. Dabei ist sie eine wertvolle Heilpflanze vor allem gegen Verkrampfungen. Auch in den Wechseljahren kann sie wertvolle Dienste zur Linderung der typischen Beschwerden leisten. Heilwirkung Krampf-Absatzzeichen sind, Durchblutungs-F-Absatzzeichen-Dent, BL-Rangehen, Verdauungsschke, Magenhümpfe, Reizmagen, Reizdarm, Kreislaufs-Absatzzeichen-Rangehen, Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Menstruations-F-Absatzzeichen-Dent, Wechseljahrs-Beschwerden, Hitzewollungen, Rheuma, Gicht. Wissenschaftlicher Name Rutter Gravulens Pflanzenfamilie Rauternixe, Rutarsei Englischer Name R Volksmlicher Name Raute Verwendete Pflanzenteile B. Älter Inhaltsstoffe Pterisches L, Rutin, Comarine-Lycosid, Glycoside, Gummi, Harz, Esterke, Bitterstoffe, Apfelsuhre Sammelzeit Mai und Juni Weinraute Die B. Älter der Weinraute kann man als Tee trinken, von der man täglich maximal drei Tassen trinken sollte, nicht mehr. Dieser Tee hilft gegen Verdauungsbeschwerden, die durch Verkrampfungen oder mangelnde Durchblutung hervorgerufen werden. Auch gegen Menstruationsbeschwerden, vor allem bei zu schwacher oder zu SPT-Periode kann die Weinraute helfen. In den Wechseljahren wirkt sie gegen Hitzewallungen und Blutantrang im Kopf. Achtung! Die Raute sollte nicht in der Schwangerschaft verwendet werden, da die Gefahr einer Fehlgeburt besteht. Punkt Pflanzenbeschreibung Weinraute Die Weinraute WCHST verwildert auf Weinbäcken, kommt aber nur selten vor. Wieher war sie in den KL-Absatzzeichen stärkend sehr verbreitet, weil sie als wichtige Heilpflanze galt. Die mehrige Pflanze hat rundliche, kleine B. Älter, die oben breiter sind als am Ansatz. Ab Ende Juni BLHT sie mit unscheinbaren, gelben Bluten.